So, dann begrüßen Georg und ich euch heute zu einem erneuten Livestream, heute wieder im VRS mal wieder, lang ist es her, wie schon am Thumbnail es auch schon steht, werden wir heute die Bergstraße fertig machen, also auch hier Leitplan und werden dann die Idee, ich weiß jetzt echt nicht, wer es war, es tut mir leid jetzt, gell, und es war Josef Strasser oder irgendwer anderer, einen, beziehungsweise den Speichersee noch ein bisschen schöner ausbauen und dann einen Bach bauen, der dann ungefähr hier so fließen wird und dann da in das Pumphäuse, wo es halt nachher das alles verteilt. Xon11 schreibt, hi, aus der Schweiz, ja, grüße. Wenn ihr es das so sagt. Wie schon gesehen, Georg hat jetzt die Moderatorenrolle, ja, er wird uns heute im Stream begleiten und wenn ihr Fragen an Steppi Modinger bitte, der Georg ist für euch da heute. Ist bei mir auch im Anruf, bitte. Ähm, im, äh, wann kommt die nächste Folge Teufel-Teil-Story, sei gespannt, sei gespannt. Also, die nächste Folge ist schon aufgenommen, ich weiß noch nicht, wann, ähm, sie veröffentlicht wird. Das weiß ich jetzt nicht. Im heutigen Video, was ja auch wieder eine Timelapse war, ich weiß nicht, wie gut es angekommen ist, ähm, haben wir ja das Stück da schon gebaut und jetzt machen wir das gerade nur ein bisschen schöner fertig. Gut, das sehe ich eigentlich schon fast schön. Einzige, was vielleicht uns fehlen. Na, das passt so. Das Stück passt so. Ähm, so. Ich würde dann vorschlagen, dass wir... Soll ich die Brücke ändern? Hier, was sagst du? Ich hab anrufen, soll ich die Brücke ändern, oder? Passt so. Äh, äh. Wisst ihr, was mir aufkommt? Ist immer ein e-Live-Stream, ist es AKT auch live? Äh, Tau, hi, und, äh, Xon11, Geo, kommt bald mal wieder ein Bild von der Telemix. Geo, eine Frage an dich. Geo, Xon11 fragt dich, kommt bald mal wieder ein Bild von der Telemix. Also die... Boah, ich kenne mich mit Leiden nicht aus. Ich hab eine Kombi-Bahn, oder? Peinlich. Ähm, ich würde sogar fast... Nein, das wollte ich nicht machen, dass ich mir mal kurz das hier und das da... auch schön nochmal. Der wird mal nicht kommen, aber seid gespannt, es wird hart dran gearbeitet. Ich freu mich schon. Ah, ich wollte noch links... Ähm, Spotify, hallo? Gleiche Playlist wie im letzten Stream. Okay, ich freu mich auf die. Ja, das wird cool. Legobone. So. Nehme ich mir mal hier das Stück. Eigentlich... muss man da nicht viel machen, gell? Eigentlich... muss man da nicht viel machen, gell? Eigentlich... Leid, da... Da... Da, dann kannst du was verbrauchen... Also, verbrauchen... Gebrauchen... Hätte ich mir ein Video auch machen können... Äh... Da ist wirklich auch nicht viel... Dann wollte ich mir das Ding nochmal... Ähm... Ja, ich lasse die Brücke so... War erst mal... Vielleicht kommen da ja noch was... Cooleres... Vielleicht kommt ihr mal Mod... Ne Brücke... Wo ich nicht die Arbeit meandern muss... Also... Äh... Wenn es Fragen über DPModding gibt... Einfach hier im Chat fragen... Falls jemand von euch Hilfe beim BRS braucht... Einfach bei mir über Discord melden... Heiß ich Georg 007... Georg, ich brauch dich dann übrigens bald mal... Ich brauch dich für ein Video... Ein Tutorial... Wie man Hütten einprogrammiert... Das weiß ich nicht mehr... So... Und... Carscrafted12xd... Moin... Du bist ja auch am Discord... Hab ich jetzt gesehen... Du? Ey, warum ist da? So, ich würde dann vorschlagen, wir machen mal eine Tour mit dem Auto. Genau so. Wie jetzt. Ha, verdammt. Warum stehe ich da? Georg, also privat, oder wie? Georg, eine Frage an dich. Von Ixon 11. Und kannst du mal die Map sagen, mach ich gleich. Und Stefan Spiegel High. Warum ist das Ding immer da ganz drüben? So sieht man jetzt hier unten noch durch. Ne. So, eigentlich will ich das jetzt erst mal testen. Bevor man ja auf die Testzahlung muss, muss ich nochmal mit dem Smooth drüberfahren. Aber zuerst tut es sich ja noch von Herrn Tauro gewünscht, dass ich die Map noch zeige. Also, die Map, also Fälle kennen vermutlich viele von früher nur. So, ich muss die V1 unter Anführungsstrichen. Hilfe. Die V1 und diese verloren gegangen, die sind kaputt worden. Und jetzt habe ich hier neu gebaut, das Terrain ist ganz neu gemacht. Das Terrain wird aber noch geändert, beziehungsweise höher gemacht, da und da. Und jetzt sind wir gerade mal bei der Mittelstation und so. Und im letzten Stream kam die gute Idee, was sie auch umsetzen wäre, ein Bergdorf zu machen. Heißt, es wird irgendwie, keine Ahnung, dann eine Straße weitergehen, oder da ist eine Straße hochgehen. Das Bergdorf soll irgendwie da dann sein. Kannst du bitte die Streams beim Projekt Walnitz nicht am Abend machen, da ich am Abend LS Projekt mache, kann aber sowieso erst am Samstag mitspielen. Ja, ich dachte mir, dass ich so viel mache. Die Brücke ist aber sehr breit. Ja, Tauro, ich werde die noch ein bisschen kleiner machen. Die ist mir auch ein bisschen zu breit. Markus Maurer Hey und XNF schreibt dreimal, also privat. Georg, das ist glaube ich eine Frage an dich. Ich wollte was machen, stimmt. Ich will nichts sagen, und der Name ist sehr einfallsreich. Welcher Name? Dann machen wir jetzt mal eine Testfahrt. von oben nach unten. Nein, ich wollte nur was machen. Upp. Ah. Was ist mit der Steuerung heute? Achtung. Oh mein Gott, bin ich dumm. Es kann echt nur mir passieren. Wie kann man eine Mittelstation bauen, indem du zwei Stationen nebeneinander bist? Also hier eine Station und deine Station hier weiter und die dann zubaust. Tolle Map, danke. Feller Alm. Du musst wissen, Tauro, das soll halt so eine Reihe sein. Ich glaube, Feller, Feller, Fellkugel, Fellstein und jetzt noch Feller Alm. Das ist so eine Reihe. Bald Feierabend. Und Georg schreibt für X und F. Ja, bitte. Über einen Server ist das so kompliziert. Und dann Feltal. Wer weiß? Es hat gelangt, aber bei mir und es sagt, die Nachricht könnte nicht gesendet werden. Plötzlich wurde sie aber dreimal geschickt. Also, okay. Warte mal, dann mache ich jetzt das Paint dann noch schöner. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, wass the point in us if I never know, if you're gonna leave, I'ma let you go. So, jetzt können wir, so Licht, was ist immer Licht im E-N-N? Okay, dann muss ich nur Paint schöner machen. Jetzt wird wieder schräg. Da ist ein Fehler. Merken. Wer merkt das? So, um und dann gehts da runter. Okay, das war ein bisschen zu schnell gerade. Dann hören wir nach unten. Jetzt dann nochmal hoch. Da muss ich das noch schöner machen. Ey, ich muss aufpassen, auf jeden Fall. Ich muss noch höher setzen. Ich muss noch höher setzen. Ich muss noch gesmooft werden. Also, fangen wir von da an. Da muss noch gesmooft werden. Zu. So. Da muss noch ein bisschen höher. Da. 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 Nächste Map dann Feldtal, wer weiß. Wenn ihr euch die Map dann anschaut und die Steam Workshop hochladt, schaut euch bitte immer nicht die Leitplank an. Ihr wisst, das ist mal eine hasse Arbeit. Deswegen. Also entweder ich mache da an der Seite so ein Paint wie das, so eine Steinwand halt. Oder ey, lasst einfach so. So, da? Ah, stimmt. Da wollte ich das so noch machen. Genau, und da war das Stück, ne? Jawohl, so. Und jetzt. Paint. Ich würde die Straßen ein bisschen schöner machen, da. Ma. Nein, Peter. Das war niemals da. Ich würde das nicht sagen. Ja, ich würde das nicht sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neid. Die Steinwand muss perfekt sein, weil man den Leger ein bisschen weiter hin legt. Den Leger zu hin. Jawoll. Also, wenn man so nimmt, die Steine sollen dann zu diesem Hang, der Hang da, der was da ist, nicht einfach halten, dass er nicht rutscht. Wenn er rutscht, dann rutscht er auf den Weg auf. Ungefähr so. Ich stelle mir das Ganze halt vor. Ich stelle mir das Ganze halt vor. Was ist denn am Freitag um 20 Uhr? Ja, was ist denn da? Wer weiß das denn von Zuschauern? Wer weiß, beziehungsweise wüsste er nicht eh nur D, was am Discord sind. Stimmt eigentlich, Georg. Das haben wir eigentlich nur am Discord angekündigt. So, dann machen wir da jetzt einen kleinen Wanderweg auch. So. So. Mit der Wanderweg auch hier. Okay. Gut. Ich garagiere es schon mal schön. Okay. Ich glaub ich weiß, glaub ich kann keiner, Georg. Soll man es sagen, Georg? Dann kannst du gerne reinschreiben, was hier am Freitag um 20 Uhr sogar schon früher ist. Übrigens, Fee jetzt auch endlich geglättet, nicht so wie bei den anderen Sinnen, wo einfach ein Baum drin war, wie auf Fellstein. Release Tobias Wendler, seine neue Single. Ja. Kommt morgen online. Oh, ich habe die Idee, was ich auf den Hügel drauf mache. Ich habe die Idee. Sambal-Oleg. Moin. Und Georg hat es vor. Es gibt jeden Freitagabend um 20 Uhr einen Community-Wettkampf, wo wir auf der Fußball-Map vom AMT im SES ein Match spielen. Jeder kann mitmachen, genau. Also da können wir, also für die Fußball-Fans unter euch, ich bin kein Fußball-Fan, gebe ich auch von ehrlich zu. Aber für die Fußball-Fan, die können da gerne mitspielen. Ich werde es ganz immer live streamen auch. Ja. Und Tobias Zug fragt, wie baut man eine Piste. Du gehst her, überlegst du, wo die Piste runter geht. Geht unter Objekte, New, Default, Objekte, Shiresort, Slope-Marker. Da kannst du die Slope-Marker aus dem Slope-Marker sind die Pistennummerierungen. Nehmt einfach mal den da. Beispielsweise die Nummer 5. Und dann, wenn du sie, du musst die Piste zeichnen, dann gehst du auf Terrain-Mode. Also, Info-Leer. Ich habe ein Tutorial drüber gemacht, Tobias Zug. Schau mal nach, geh auf meinen Kanal und der Playlist unter Tutorials, da ich ein Tutorial drüber gemacht. Und dann, wer es den Info-Leer aus, das ist zum Beispiel jetzt die Piste 5, was ich gehabt habe. Also, 5 und dann zeichnest du das. Okay. Aber schau dir das Tutorial bitte an, da habe ich noch mehr darüber erklärt. Ich habe... Alter. Georg weiß, was gerade das Problem war. Ich habe gerade wieder nicht auf die Playlist geschaut. Ich muss echt aufpassen, weil sonst ist das Ganze Copyright und so. Ich habe nicht, keine Ahnung, ob die Song, der Song, den ich vorhin gehabt habe, also der, was gerade vorhin drinnen war, ob der Copyright frei war, weil der war nicht in meiner Playlist drin. Ich habe immer so Angst darüber. Ich habe immer noch einen zweiten Bildschirm einordnen. So, dann sehen wir den Chat. Glaubt ihr, dass die in ein Update das so machen, dass man Pisten auch machen kann? Ja, danke für deine Erklärung, aber das war ein bisschen schnell. Ich habe es nicht verstanden. Dann geh bitte auf meinen Kanal und geh dann unter Playlist und dann auf Tutorials. Und da habe ich ein Video drüber gemacht. Das ist ausführlicher, als wenn ich jetzt hier im Live-Tube verziehe. Oh. 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 Geirg, wir hatten vor... Ah, ich sehe die Zuschauer nicht mehr. Geirg, wir hatten vorhin 18 Zuschauer. Ich muss eher reinschreiben, knacken, wie die 20. Ich würde es so feiern, wenn eine Gondelle mit einer Mittelstation gemoddet wird. Ja, es wäre einfach geil, wenn das am Tee von Steinkogel im SMS die Steinkogelbahn reinmacht mit Mittelstation. Weil Steinkogelbahn hat ja eigentlich eine Mittelstation. Wenn die reinkommt... Bruder, die wäre geil. Die sag ich echt, die wäre echt geil. So. Und auf diesen Berg... Warte mal ganz kurz. Auf diesen Berg machen wir eine Schirmbar rauf. Heißt, dann können die Leute... Also wir machen das jetzt hier ganz immer im Sommer. Dann können die Leute da aussteigen, können da entweder da was essen gehen oder sie wandern hier hoch, machen eine Runde um den See rum, können entweder hier weiter rüber, gehen wieder runter oder können hier auf den Hügel rauf zu einer Schirmbar, was in der Sonne ist. Und dann da auch entspannen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, jawohl. Danke, dass du mit Spotify Musik hörst. Alter. Du könntest genauso gut Radio hören oder Schallplatten oder Kassetten oder auch ein Tonband, falls du weißt, wie so etwas überhaupt aussieht. Aber du hast dich ganz klar für Spotify entschieden. Dafür möchten wir Danke sagen. Und du kannst noch hunderte weitere Playlists hören. Hey, bin jetzt auch da. Er ist ein... Ja, er ist halt ein steiler Weg hier oben, aber egal. Egal. Ja, klar. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Okay? Haha So? ja doch ein bisschen flach da müsste man nicht nur so ein objekt new default ob na das ist unter buildings und schirmbau jawohl noch mal dahin ja noch mal eine wegel hoch da könnt ihr dann schon wieder sowas hin machen so und nehmen wir auch den zaun von dada hat er passt da gar nicht ganz gut herr ja gibt es ein das dorfkind 2020 corona frühen ok gibt es eigentlich schon eine neue verkleidung für die garage der gondel manches bei mir oder generell so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Dann räumen wir den Schnee, wollte ich schon sagen. So. So. Habe ich richtig gesehen, dass Jan im Chat aktiv ist? Ja. Will der auch mit drin? Keine Ahnung. Mir wurde nichts geschrieben. Mir auch nicht. Jan, willst du mit drin? Oder bist du noch am Lego spielen? Ey. Rrrr. 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 Ist jetzt eigentlich die Dienstpunktsbahn eingaragiert? Ja. Rrrr. 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 also zu dieser abzweihung da vom weg oder ich sie hinsetzen und daran mit replace sein weg machen die line ist gut aber als leitner ist besser was die line ist gut aber als leitner besser finde ich beides und habe viele kontakt habt viel kontakt mit leitner okay jetzt kann ich danach auflösen wo mich gefragt habe denn beim dp modding da werden wir eher leitner bahnen bauen das ja so die lines und so gibt es jetzt schon ja ganz kurz mein wort zum glück was uns gibt es hier nur noch mal doppelmeuer ja ist doch so oder ja und ähm unsere modellierer vielleicht kennst du ihn auf zack und nikojus die sind halt voll leitner fans und schlepplicht auch und dann versteht man natürlich dass leitner bahnen auch kommen ich muss wirklich spielen ich muss im stream nachher noch mal nach ich muss die szene rausschneiden wo du es alles mal kriegst und mich so geschockt hast ohne spaß jetzt also hallo könnt ihr eine doppelmeier was könnt ihr eine doppelmeier pendelbahn machen ich glaube ich also ich sage mal so wir haben eine wunschliste die beträgt schon so um die 60 wünsche von der community und wir arbeiten gerade an projekten sowie telemix und so und die dauern halt und ein mod entsteht halt nicht in einem tag sondern das dauert schon so wie die telemix da rechnen wir so mit vier bis fünf monaten bis wir die dann wirklich releasen und pendelbahnen sind auf unserer wunschliste schon notiert und mal schauen was wir umsetzen können aber wir würden es natürlich gerne machen und er schreibt dazu aber ich müsste schreiben ja geil ist ja nicht ja okay ich so ja okay cool ihr müsst ihr motivieren motivation haben wir schon selbst ja noch mehr motivation kommt jetzt doch von zehn anderen leuten wobei du schaust ja ja er stimmt neun egal bruder ja x11 ich sage mal nichts das ist doch letzte rot da scheiß pump heißt das bringt gar nicht den weg den weg ja so jetzt muss man was suchen in robert extra gibt es doch so ein schild zutritt nur für personal oder könnte es sein aber ich bin mir gerade selbstsicht sicher macht mit der motto ist extra gibt es ja es müsste suchfunktion da rein machen dann bin ich ich bin generell diese waren schüler und europa ist extra ziemlich cool ja das gute hat man auch weiter stein vielleicht gemerkt automat buegel bügel schließen hier einsteigen hier einsteigen kinder rechte nicht einsteigen ist das vielleicht ist noch nepp augenverboten schauker verboten schiene schienen und richtung starb talabfahr doppelmeyer mgt da weiß einer wo das da gibt es das so schild du tritt nur für personal und da ganz runter ganz runter war ja danke georg so ein schwer habe ich aber auch nicht auswendig gewusst auf dem baum ja warum nicht weißt du wer gerade fragt kannst du mich grüßen simon bucher fragt ich grüßte auch servus simon dann müsste man so ein timer machen wie oft simon bucher in dem stream fragt kannst du mich grüßen aber das fragte er nur einmal pro streamer ja früher hatte es gab im streamer simon bucher da hast du mich mal fünfmal reingeschrieben kannst du mich grüßen aber dann mache ich ja vielleicht denkt sich der google habe ich den jetzt schon gegrüßt oder noch nicht ich denke nicht mein kurz mein kurz der gedächtnis kann das schon kommen gute idee so und dann dann noch ein bisschen pere machen millimeterarbeit muss alles perfekt sein ja das habe ich auf freitag stellen gemerkt da habe ich einen fehler gemacht ich habe so einen kasten platziert vom standardspiel und wollte nehmen in der pistenraubengarage platzieren und dann habe ich ihn platziert falsch platziert vor dem lichtschalter und dann konnte ich nur bewegen was mich aufregt dieses ding da wo du dich bewegen kann ja ich wünsche mir dass das da man ran ziehen könnte wie lange läuft der wie lange läuft der chat noch ich glaube mein stream ja ein chat kann man nicht ja ich könnte ihn deaktivieren aber da muss ich wieder irgendwas rum tippen wenn ihr weiter chatten wollt dann müsst ihr wohl auf glungis ein diskurs aber kommen ich sehe ich der eine typ immer noch in dem sprach kann ich weiß immer noch drinnen auf dem disco da ist irgendwer nach oder der ist immer noch drinnen ich check die oder eben in disco da ist so ein typ drin ich kann es mal ganz kurz zeigen hier ist ein typ der geht nicht raus ich kann den jetzt verschieben und ich schiebe den jetzt einfach mal warum ich ja nicht in afk rein der müsste so lange in afk sein ich muss ihn jetzt in afk reinschieben ich hoffe der merkte ich hoffe der merkt es irgendwie ich check so ich check die formsteam ist da reingegangen so denken so jakichler wollte auf jemanden jetzt leisten wir im gesellschaft vielleicht ist sein internet abgestützt also so wie georgs gestern ja das gestern war eine andere geschichte so und dies lag jetzt vor es lag ja ich lag jetzt vor dass wir den bach von keine ahnung ich weiß immer noch wer die idee kommt dass wir das nächste mal mache ich will nur gerade im beginn irgendwie machen ich weiß nicht wie ich den machen soll es soll hat irgendwie da unten so rauskommen ja wenn du einen bach machen willst dann hätte ich die idee dass du den direkt vom speichersee weg machst und da ganz so eine kleine holzbrücke macht meine idee gewesen ich bin ja der kennt sich aus der boy ja dann ist das pumpeisel und dann macht man das buch war jetzt nur seine idee ich meine doch noch einmal die feldige schreibe hin idee bei georg und bekomme ich noch hey dürfen dich nicht hätten und gibt keine tele mit ja was mir bei reiter stein aufgefallen ist so die community vom ws feiert das richtig wenn so im details drin sind ja ist ja so änderungen also sowie normale heißt damit findet die community schön gut aber es ist ja nichts besonderes war heißt dann würde ich mir einfach wünschen dass es abend ist am tibet einowes hat er irgendwie auch was ändert es sind immer nur die land ist man sie haben vier tlf reingebracht warum verwenden sie denn nicht ja ich verstehe auch nicht warum sie ein spiel entwickeln und nur die lands machen nur ja das verstehe ich nicht ist am tb ist es ist am t ja das muss man so sagen hallo ist max t35 ja ich hab da immer mit einem gerät das war gleich dieser felix und er hat gesagt beim amt arbeitet nur h in os ja eben die eigentlich traurig ich meinst amt hatte die lizenze dass sie unige schützen oder so machen können warum machen sie das nachher nicht einfach also was ich mitbekommen habe dieser das ist der bauchen mal wieder heißt er ist jetzt auch ausgestiegen ich und ich denke mir so bei der amt ausbildung da haben sie wohl viele aber die binden sich nicht so richtig ein und ich wollte mich im herbst habe ich mich bei a3d geworben und da ich ihr mit tom dieser geredet und er hat mir die ganze geschichte so vom amt erzählt weil ich eigentlich zuerst mich beim amt bewerben wollte abgelehnt wurde aus unerklärlichen gründen und dann habe ich mich bei a3d geworben und er hat mir das alles erklärt und hat auch gesagt wenn ich in ein moddingteam gehe dann sollte ich zu innen kommen und nicht so zum amt weil da ist anscheinend irgendwie so eine hierarchie in der man nicht aufsteigen kann ja ja dann habe ich mir gedacht gut ganz gut x11 den vierte ist auch eine ist auch die line hat die landschrank und die line steuerung es ist halt wirklich ja ich habe mir schon gedacht dass beim viertel f eine andere steuerung kommt da sitzen wir damit dann steuerkasten über dann die land haben ich lebt das habe ich auch die hoffnung krimbieter ältere steuerung ist auch mega geil die land ich kann schon mal was an dieser telemix wird anders dürfte es eigentlich auch andere steuerung verbauen oder macht es ja irgendwie so andere textur rundherum ich sag nichts aber ich hab da schon pläne gehört und auch gesehen und ich muss sagen dass wir so gute modelliere haben weil was ich nicht verstanden habe ist nicht auf zack bei der aufbildung beim amt ja gleich wie nico juss aber die sind dort nur um ihr wissen sozusagen weiterzubilden und wollen was lernen und nicht fürs amt was machen ok jetzt habt es die geschichte können ganz komisch da beim amt kennen mich selbst nicht besser nur ist gut aus ich finde es einfach schade dass das amt nimmer so ist wie früher war ja kennst du nordrand tv play ja sicher wenn man ja auch ehrlich ist durch nordrhein tv play ist ja auch der wer ist ein bisschen auch geliebter worden und haben merkt braucht glaube ich habe mir von dem mal ein paar videos von der es angeschaut was ich schade finde da kommt nichts mehr ja er hätte ich auch so mod reviews machen können das wäre glaube ich auch ganz gut gewesen bei ihm ja aber ich glaube der machte so viel ls oder ja wie heißt es bauern amt down oder ein fahrer dann genau es geht zirka also janik boll halder halder ja schreibt es geht zirka ein halbes jahr bis man eine steuerung hat hat der h max heinous max gesagt wie eine steuerung meinst du jetzt in so komplett andere funktionen und so oder nur das aussehen weil ich meine so funktionen sowie die rennen und abfahrt das hat ja jeder liebt oder ich meine aber wenn man doch ehrlich ist steuerung muss man doch eigentlich nur von der normalen doppel bei der steuerung abschauen dann hat man sie auch oder ja ich werde mal ein bisschen den chat vorlesen fix on earth das amt ist heute ja aber auch kleiner durch die gründung von hr inoways naja was ich weiß arbeitet ja ein teil von hr inoways noch immer beim amt janik boll halder eine ältere also nur das aussehen oder wie das verstehe ich mir nicht ganz und noch einmal weiß aber nicht mehr okay okay achst du ja beim 14 f wird man wahrscheinlich eine ältere steuerung haben ja das wenn es wahrscheinlich aber mit diesem bach so was wird schon wieder den nächsten letzten raubt machen wir das nächste mal weiter dass man auch schon die musik beendet mit dabei war jetzt hat zum ende hin der herr georg servus war hoffentlich bin ich schon auch schon dabei meine ja ja wie machen wir im bach wenn die wände da runter verlegen und da einigen das toll ich gibt den tipp war nicht zu einzelne stücke sondern zieh dir ein bisschen länger okay ich mache ich das mache drei jahre das brauche sowieso und den bach oder wieder in den berg rein ja ich sagte es um er macht jetzt da im sommer bauen viel mehr spaß es wird dann so ein bisschen wo man sich nicht mehr so wichtig da kann ich auch verstehen weil heute zum beispiel bei mir war es so warm und auch war nur wasser getrunken wasser getrunken ich war bei georg gespielt freuen und ich war ja nachher so mittag war jeder bin ich noch weg gewesen da wir erstmal was für schuhe machen müssen dabei außen ich bin außen und begriff mit der schlag ich ja ich bin aber leute es war mit dem stream sagt alle schön tschüss zu georg brach noch nicht vergessen bis freitag genau bis freitag ich glaube der georg übt schon heimlich oder janik bollhalder schreibt noch mal wie findet ihr die modellcell bahn und jägerdorfer schön ich finde schön ich habe selber eine aber ich würde mehr werden ja nein also ich feier sie aber ich bin nicht wenn ich ehrlich bin vielleicht merkt man das auch ich bin beim modellcell gebiet sehr sehr inaktiv worden weil mich reizt irgendwie nicht mehr so wie früher ist bei mir machen ja ich glaube diese jägerdorfer bahnen sind auch nicht wirklich so die teilreihen also die freien durch station durch ja das erste aber was machen tschüss ich habe auch eine warum ist der stream schon fertig warum ist der stream fertig das ist eine stunde und sechs Minuten und zweitens weil ich die streams generell nicht mehr so lange machen will das liegt erst an meinem pc ich kann es euch jetzt kurz erklären mein pc geht ein frage so wie es ist ich habe ein problem komplett das ist glaube ich eh vorgestellt gewesen ich habe nur firefox geöffnet also google und da ist abgestürzt und einmal schon gedacht willst du mich gerade verarschen habe ich da geguckt heute wollte ich mit georg spielen dann geht es nicht ich dachte computer da da war ich da drinnen gäbe diesen ähm 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 es konnte keine verbindung zum multiple hergestellt werden und auf einmal höre ich so einen ton aus meinem mikro auf einmal kommt so ein blauer bildschirm mit so einem smiley was steht so doppelpunkt und äh klammern nach unten und dann steht da ähm im computer ist ein fehler aufgetreten dann verschwindet es und der computer fährt wieder hoch dann bin ich wieder drinnen und alles ist wie wir im alten check in it und das problem ist halt ich habe mit dem mit dem herrn geredet der was mit den computer zusammengestellt hat ist der arbeit ist mein papa er schaut sich das jetzt an weil wenn ihm ja einen dritten bildschirm zulegen wir haben die man das jetzt mal abschminken kann das nicht daran liegen dass dein pc nicht so gut läuft wegen zwei bildschirmen nein das sieht weil wir ja extra für grafikkarten gekauft haben ach so ok ich zum beispiel ich habe eigentlich nur einen pc den meine ganze familie nutzt und da haben wir extra einen pc gekauft der eben für mehrere bildschirme gedacht ist weil wir ja eben auch zwei haben das problem ist halt auch ich bin nicht ich ja ich sage ganz offen und ehrlich in meinem zimmer ist es immer warm ich lüfte sehr selten und wenn ich lüfte dann ist es genau dann wenn ich nicht spiele aber jetzt wo ich mit george selbst mal gespielt habe aber ich gestern da war es ja auch wieder so warm hinter mir ist fenster das mache ich immer auf und dann läuft immer flüssig ich keine ahnung ob die cpu was hat oder ob es an die lüfter liegt ich weiß nicht ich habe den nachher mit dem herrn okay und der wegen wasserkühlung und so wäre vielleicht eine lösung aber was bringt sich eine wasserkühlung wenn ich so lappert bin und fenster auch macht dann ist das wasser ja nur wärmer beim agt gegen die stream steigt drei stunden ja der stream geht nicht so lange da klungen ins betten muss würde ganz sagen da hat sie einen system absturz beziehungsweise windows ist absturz ja das stimmt auch ja ich hoffe da bessert sich was weil ich spiele rausgehen in der folge teufler tal story da hat der computer schon wieder angefangen so diese geräusche da habe ich wieder angeschrieben ey wenn du jetzt absturz ich weiß das schmeiße die aus dem kenne ich doch da war ja wirklich die jahren werden ausgerastet ja ist doch mein ich dachte mir schon habe ich einen müllcomputer mein jan hat ein laptop laptop der was weniger kann das nie als ob der auf einem laptop spielt ja ich spielte auf dem laptop weil er hat ein bildschirm einfach angeschlossen geht ja auch schon schließlich ein bildschirm mit dem hd mir so ja das finde ich mein freund hat das auch so ja wenn ihr ich hab ich sitze jetzt da unten wenn ich auch schon sieht blaue licht und das lustige war wo der auch durch eine formel fangt das blaue licht an zu flackern jetzt denk ich mir schon so was habe ich für ein pc ja aber jetzt beende stream georg sagt tschüss tschüss schönen abend noch und bei mir auch